Nordkorea droht mal wieder mit Krieg und wer sich die politischen Ereignisse auf der koreanischen Halbinsel in den letzten Jahrzehnten angeschaut hat, der könnte zuerst denken, das ist nichts Neues, das macht Nordkorea alle paar Jahre mal wieder. Aber diesmal ist es anders und Experten sind der Meinung, dass die Situation auf der koreanischen Halbinsel die gefährlichste ist, die wir in den letzten 70 Jahren hatten. Und daran tragen auch die USA eine Schuld. Und im heutigen Video wollen wir uns mal genauer anschauen, wie die aktuelle Situation ist, wie hoch das Risiko eines möglicherweise sogar atomar geführten Krieges ist und wie es dazu kommen konnte. Und wie so oft, damit wir die heutige politische Situation verstehen können, müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückschauen. Und da beginnen wir Anfang des 20. Jahrhunderts. Da war Korea ein eigenständiges Königreich und das endete dann mit der Invasion der Japaner. Die Japaner, das war die aufstrebende Kolonialmacht im Osten Asiens zur damaligen Zeit, die hatten sich in wenigen Jahrzehnten komplett modernisiert, aus einem komplett veralteten Feudalstaat hin zu einer modernen Industrienation. Und da gibt es ein paar Beispiele. Das sind sehr spannende Epochen der Geschichte. 1905 hat Japan als erste nicht-europäische Macht seit Jahrhunderten es geschafft, eine europäische Macht zu besiegen im Krieg von 1905 gegen das russische Kaiserreich. Und daraufhin hat dann Japan unfassbar viel Selbstbewusstsein auch bekommen und hat seinen Plan durchgeführt, nämlich Ostasien Stück für Stück zu erobern. Das gipfelte dann im Zweiten Weltkrieg. Faszinierende Geschichte. Fast ganz Ostasien war unter Kontrolle der Japaner und eben auch die koreanische Halbinsel. Und die Japaner haben schwere Menschenrechtsverletzungen begangen in ganz Ostasien, aber eben auch in Korea. Wenn ihr wissen wollt, in welchem Ausmaße. Wir reden hier während des Zweiten Weltkrieges von Todeszahlen, die in die zweistellige Millionenhöhe gehen. Also Japan, damals verbündet mit Nazi-Deutschland, hat auch in Korea unfassbare Verbrechen angerichtet. Und nachdem die Alliierten, also insbesondere die Sowjetunion und die USA, den Krieg gewonnen hatten, gegen Nazi-Deutschland und auch gegen Japan, da hat man Korea aufgeteilt. In einen Norden, der war von der Sowjetunion besetzt, und einen Süden, der von den USA besetzt war. Und daraus entwickelten sich dann, vergleichsweise wie mit dem geteilten Deutschland, zwei koreanische Staaten, nämlich eben Nordkorea und Südkorea. Anfang der 50er kam es dann dazu, dass nach mehreren Grenzstreitigkeiten der Norden, also Nordkorea, mit Unterstützung der Sowjetunion und Chinas in den Süden einmarschiert ist. Und wollte also die Wiedervereinigung Koreas mit Waffengewalt erzwingen. Und das sah auch zuerst so aus, als ob das gelingen würde. Die nordkoreanischen Truppen waren den südkoreanischen massiv überlegen. Und es kam dazu, dass fast komplett Südkorea überrannt wurde von den nordkoreanischen Truppen. Nur ein kleines Fleckchen um die Stadt Busan konnte noch gehalten werden. Und zu diesem Zeitpunkt griffen dann die Vereinigten Staaten ein. Später dann die Vereinigten Staaten als Anführer einer Truppe der Vereinten Nationen. Die UNO, die damals gerade frisch gegründet war, hat gesagt, nein, das gefährdet den Weltfrieden. Die Sowjetunion hat nicht ein Veto eingelegt im Weltsicherheitsrat, weil der Vertreter die Abstimmung boykottiert hat. Auf jeden Fall schickten viele, viele Länder der Welt Truppen nach Südkorea, um eben den Süden vor diesem Angriff des Nordens zu verteidigen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und die internationalen Truppen unter Führung der USA konnten praktisch durchmarschieren, bis an die Grenze zu China. Und da hat sich China dann bedroht gefühlt. Und hat Soldaten nach Korea geschickt, sogenannte Freiwilligenverbände. Die Chinesen hatten Angst, dass das Ganze zu einem Atomkrieg eskalieren könnte mit den USA. Deswegen hieß es offiziell, dass da nur chinesische Freiwillige kämpfen würden und dass die Regierung im Prinzip damit nichts zu tun hätte. Und das führte dann letztendlich dazu, dass diese Gebietsgewinne im Norden, die die Vereinigten Staaten und die UN-Truppen erkämpft hatten, dass die wieder rückgängig gemacht wurden. Und letztendlich wurde eine Waffenstillstandslinie vereinbart, entlang des 38. Breitengrades. Und das führte dazu, dass die koreanische Halbinsel zweigeteilt war. Und das blieb sie auch während des ganzen Kalten Krieges. Im Norden wie im Süden etablierten sich Diktaturen. Die nordkoreanische Diktatur war mit der Sowjetunion verbündet und die südkoreanische Diktatur mit den Vereinigten Staaten. Und das ist ganz interessant, auf die Geschichte zu schauen. Also der Koreakrieg unfassbar zerstörerisch. Drei Millionen zivile Tote, fast eine Million tote Soldaten. Die Industrie des Landes war massiv zerstört. Ganze Landesteile zerstört. Und dieses Trauma der Zerstörung während des Koreakrieges, das ist noch heute lebendig, gerade im Norden und wird ganz oft noch benutzt als Propaganda gegen die USA, weil die Nordkoreaner auch durch diese Propaganda nie vergessen haben, wie massiv die Vernichtungen waren während des Koreakrieges. Der Norden entwickelte sich zum stärkeren Land, auch zum wirtschaftlich stärkeren Land der beiden Koreas. Und das ist, ich habe gerade Norden gesagt, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, zuerst war Nordkorea wirtschaftlich erfolgreicher als Südkorea. Dieser Aufstieg Südkoreas, der kam dann erst Jahrzehnte später. Auch die Entwicklung Südkoreas zu einer Demokratie, das kam später. Das war noch nicht von Anfang an. Zuerst war Südkorea eine Diktatur, und zwar die wirtschaftlich schwächere als Nordkorea. Das hat sich dann über den Verlauf der Jahrzehnte massiv geändert. Wirklich extrem geändert. Nordkorea ist heute eines der ärmsten Länder der Welt, während Südkorea eine reiche Industrienation ist. Ganz besonders problematisch wurde die Situation in Nordkorea nach Ende des Kalten Krieges, als die Sowjetunion als wichtigster Unterstützer Nordkoreas wegfiel. Und das ist ganz wichtig. Das Jahr 1990 ist ein massiv wichtiges Jahr für die nordkoreanische Geschichte. Denn man kann etwa sagen, dass ab 1990, ab dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Nordkoreaner versuchten, die Beziehungen zu den Amerikanern zu normalisieren. Ich weiß, wenn ihr euch ein bisschen jetzt die letzten Jahrzehnte angeschaut habt mit Kriegsrhetorik aus Nordkorea, lasst euch davon nicht täuschen. Es gab mehrere Initiativen Nordkoreas, die Beziehungen zu normalisieren und mehr Nähe zu den USA zuzulassen. Gerade so um das Jahr 2000, 2002, da gab es mehrere Versuche, mit den Amerikanern praktisch diese Normalisierung einzuführen. Das gab es auch während der Obama-Präsidentschaft. Aber das hat nie funktioniert. Auch deswegen, weil die Amerikaner da nie wirklich ernsthaft drauf eingegangen sind. Und trotzdem gab es immer wieder diese Bestrebungen. Gerade als Kim Jong-un an die Macht kam, der aktuell regierende Diktator Nordkoreas, da gab es Zeichen, dass vielleicht eine Öffnung des Landes möglich wäre. Und der Höhepunkt dieser Hoffnungen, dass unter Kim Jong-un das Ganze irgendwie anders werden könnte, das war in den Jahren 2018 und 2019. Da war Donald Trump Präsident in den USA und es kamen zu zwei Gipfeltreffen Gipfeltreffen zwischen den Nordkoreanern, zwischen Kim Jong-un und dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Einmal in Singapur, das war 2018, und 2019 dann in Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. Und das ist ganz wichtig, diese Gipfeltreffen im Kopf zu haben, wenn man sich anschaut, warum die Situation heute in Nordkorea anders ist als früher. Das war letztendlich die Vision des Großvaters vom Kim Jong-un. Also Kim Il-sung, der große Gründer Nordkoreas, die Gottgestalt der nordkoreanischen Propaganda, der hatte ab Anfang der 90er dieses Ziel der Normalisierung mit den USA. Sein Sohn Kim Jong-il, also der Vater des jetzigen Diktators, der konnte das nie durchsetzen, aber jetzt sollte der Enkel es schaffen. Und er traf sich mit dem amerikanischen Präsidenten. Und da setzte er große Hoffnungen drauf und legte auch sein ganzes Prestige, sein ganzes Gesicht, seinen Ruf da praktisch drauf, auch innerhalb Nordkoreas. Denn in der Propaganda war Amerika natürlich immer das Böse. Der absolute Erzfeind, der bekämpft werden muss, der Nordkorea bedroht und so weiter. Und jetzt setzte sich der geliebte Führer Nordkoreas dorthin und verhandelte mit diesen Amerikanern. Und da waren viel Hoffnung mit verbunden. Und letztendlich kam es aber zu keiner Einigung, auch wegen der, sag ich mal, diplomatischen Ungeschicktheit Donald Trumps. Also es wurde viel geredet, aber letztendlich kam nichts dabei raus. Es gab auch keine wirklich soliden Arbeitsgespräche, wie denn zum Beispiel das nordkoreanische Atomprogramm eingeschränkt werden könnte, was die Amerikaner dafür bereit sind zu bieten, also Erleichterung der UN-Sanktionen und so weiter. Kurz gesagt, diese Gipfeltreffen scheiterten. Und das hat nach Ansicht von mehreren Experten dazu geführt, dass Kim Jong-un erstens öffentlich das Gesicht verloren hat und zweitens, dass er als Reaktion darauf eine neue Ausrichtung der Außenpolitik Nordkoreas angestrebt hat. Also das, was wir seit 1990 bis etwa 2019 hatten, gehört der Vergangenheit an. Nordkorea versucht jetzt gar nicht mehr, die Beziehungen zum Westen und besonders zu den USA zu normalisieren. Und auch die Beziehungen zu Südkorea sind massiv schlechter geworden. Zwischen Südkorea und Nordkorea natürlich gab es immer Spannungen. Und Spannungen ist jetzt vielleicht sogar untertrieben. De facto gibt es noch Krieg zwischen diesen beiden Ländern, weil nie ein Friedensvertrag ausgestaltet und unterschrieben wurde. Aber dennoch war die friedliche Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea auch in Nordkorea lange Zeit ein Ziel. Der Vater von Kim Jong-un hat ein großes Monument bauen lassen 1999, nämlich ein Wiedervereinigungsdenkmal, einen großen Torbogen, der praktisch die friedliche Wiedervereinigung zwischen den beiden Koreas symbolisieren sollte. Kim Jong-un hat den jetzt Anfang 2024 abreißen lassen und hat Südkorea als Erzfeind gebranntmarkt und hat gemeint, es gibt praktisch keine friedliche Einigung mehr mit Südkorea, sondern nur die Möglichkeit einer Unterwerfung dieses feindlichen Gebildes. Und nochmal, es gab schon immer Kriegsrhetorik aus Nordkorea. Das war Teil der nordkoreanischen Erpressungsdiplomatie, wie man es nennen möchte. Aber dieser grundlegende Wandel der Außenpolitik, dass eine Normalisierung mit den USA gar nicht mehr gewünscht ist, dass man sich mehr an China und besonders auch mittlerweile mehr an Russland wendet, Das ist neu und das ist wirklich eine Entwicklung, die viele Experten beunruhigt. Und da spielt auch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine eine große Rolle. Denn Russland ist jetzt bereit, mehr Deals mit Nordkorea einzugehen. Und während Russland und China sich noch vor ein paar Jahren an internationalen Sanktionen gegen Nordkorea beteiligt haben im UN-Sicherheitsrat, ist das heute eigentlich undenkbar. China war schon immer der wichtigste Handelspartner Nordkoreas, zumindest seit Ende des Kalten Krieges. Aber auch Russland ist jetzt bereit, als jemals zuvor, wieder mit Nordkorea zusammenzuarbeiten. Und das sieht man etwa mit Treffen zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin in Russland in den letzten Jahren. Und das sieht man auch dadurch, dass Nordkorea etwa Artilleriegranaten, also Munition, an Russland liefert, in riesengroßen Mengen. Denn Nordkorea ist bis an die Zähne bewaffnet, mit veralteter Technik, ja. Aber dennoch. Sie haben dennoch Millionen von Artilleriegranaten und haben wahrscheinlich über eine Million davon an Russland geliefert. Und das ist eine gute Frage, was Russland im Gegenzug liefert. Ob das jetzt Interkontinentalraketen sein könnten, mit denen Nordkorea imstande wäre, etwa die USA mit Atombomben anzugreifen. Das bleibt dahingestellt. Aber de facto haben wir jetzt eine Situation, Nordkorea ist nuklear bewaffnet. Nordkorea testet regelmäßig Interkontinentalraketen, die eventuell die USA erreichen könnten. Südkorea und Japan können sowieso von Nordkorea nuklear getroffen werden. Man geht heute etwa davon aus, dass Nordkorea etwa 50 bis 60 Atomsprengköpfe hat, also genug, um zig Millionen von Menschen in Ostasien und vielleicht sogar in den USA zu töten, auch wenn sie danach selbst untergehen würden. Und was viele Experten jetzt eben beunruhigt, ist diese zunehmend aggressive Ausrichtung der Außenpolitik und dieses Verzichten, dieses gar nicht mehr Wollen eines Friedens mit den USA und mit Südkorea. Und wenn man sich anschaut, was eben in Russland und in der Ukraine passiert, da haben eben viele Experten jetzt die Befürchtung, ob diese ganze Rhetorik von Kim Jong-un mehr sein könnte als das, was in den letzten Jahrzehnten zu sehen war. Denn, wie gesagt, als nuklear bewaffnetes Land ist Nordkorea aus eigener Sicht relativ unangreifbar. Und der Krieg in der Ukraine zeigt das auch, wie vorsichtig der Westen agiert, bei Waffenlieferungen zum Beispiel, aber auch bei direktem Eingreifen. Denn Russland als nuklear bewaffnetes Land ist ebenfalls relativ unangreifbar, wenn man nicht einen Dritten Weltkrieg provozieren möchte. Und es kann durchaus sein, dass Nordkorea, dass Kim Jong-un das mittlerweile auch denkt, dass der Westen, also die USA und Japan und Südkorea, dass die sich nicht so einig sind, wie es manchmal den Anschein hat und dass sie möglicherweise nicht einen Atomkrieg riskieren würden, sollte Nordkorea Südkorea angreifen. Ich sage nicht, dass sie das tun werden oder so, aber das Risiko ist real. Und man sollte sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, aber dann gehen sie auch unter oder ach, das wäre aber irrational, das werden sie schon nicht tun. Denn solche Geisteshaltungen, dass man sich komplett sicher ist, dass etwas Schlimmes nicht passieren wird, die können zu bösen Überraschungen führen. Und das hat man unter anderem auch 2022 bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gesehen. So, danke schön, dass ihr zugehört habt. Das war jetzt eine Tour de Force, ein Ritt durch mehrere Jahrzehnte nord-südkoreanische Geschichte. Und wenn es euch mehr interessiert, Nordkorea, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren, denn Nordkorea ist ein faszinierendes Thema, super spannend. Es gibt viele falsche Vorstellungen von Nordkorea, etwa, dass Kim Jong-un verrückt wäre. Das ist völliger Unsinn. Und deswegen würde es mich sehr freuen, mehr Videos über dieses faszinierende und auch beängstigende Land zu machen. Also, lasst es mich gerne wissen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.